Herzlich Willkommen auf dem Kanal Richtige Wahl. Heute möchten wir ein interessantes Thema mit dir teilen. Freistehende Gasherde. Wenn du eine praktische und effiziente Möglichkeit suchst deine Kochbedürfnisse zu erfüllen, dann haben wir genau das Richtige für dich. In diesem Video werden wir uns intensiv mit den verschiedenen Modellen von Gasherden beschäftigen und dir unsere Auswahl präsentieren. Wir werden sie in Bezug auf ihre Leistung, Funktionen und Komfort vergleichen, um dir bei der richtigen Wahl zu helfen. In der Videobeschreibung findest du Links zu den vorgestellten Modellen für weitere Informationen. Wir laden dich herzlich ein unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsfunktion zu aktivieren, um keine neuen Inhalte zu verpassen. Wir freuen uns darauf dir bei der richtigen Entscheidung zu helfen. Viel Spaß beim Anschauen. Der DeLonghi SGW 854N ist ein eigenständiger Gasherd, der durch sein weißes Design und seine Funktionalität überzeugt. Mit seinem großzügigen Arbeitsbereich bietet er dir ausreichend Platz für all deine Kochbedürfnisse. Die zentrale Anordnung der Bedienelemente ermöglicht eine bequeme Nutzung und optimale Zugänglichkeit. Ausgestattet mit vier emaillierten Brennern und entsprechenden Grillrosten an den Seiten bietet der Herd dir eine vielseitige Kochmöglichkeit. Die emaillierten Grillroste sorgen für eine einfache Reinigung und ermöglichen dir das Kochen mit Leichtigkeit. Der Gasherd verfügt über einen zuverlässigen Ofen, in dem du deine Gerichte perfekt zubereiten kannst. Das geräumige Flaschenfach bietet ausreichend Platz für deine Gasflasche und ermöglicht eine bequeme Handhabung. Die transparente, abgedunkelte Glasabdeckung verleiht dem Herd eine moderne Optik und schützt gleichzeitig vor Spritzern und Verschmutzungen. Der Simpfer FS 5031-1 ist ein praktischer Standherd, der dir beim Kochen maximale Flexibilität bietet. Mit seinem eleganten schwarzen Design fügt er sich nahtlos in jede Küchenumgebung ein und wird zum Blickfang in ihrer Küche. Das Gaskochfeld verfügt über vier Kochstellenbrenner mit elektrischer Taktfunkenzündung. Dadurch kannst du die Kochstellen bequem und sicher entzünden. Die Glasabdeckung des Kochfeldes schützt es vor Verschmutzungen und erleichtert die Reinigung. Der Elektro-Backofen des Standherds bietet dir eine Vielzahl von Funktionen, darunter Oberhitze, Unterhitze, Ober-Unterhitze und Grill. Mit einem großzügigen Innenraumvolumen von 48 Litern hast du genügend Platz, um deine Lieblingsgerichte zuzubereiten. Die Vollgas-Innentür des Backofens macht die Reinigung zum Kinderspiel. Man kann die Tür einfacher rausnehmen und die Häuser separat reinigen, ohne großen Aufwand. Das Gaskochfeld ist auf Erdgas eingestellt, kann aber auch problemlos auf Flüssiggas umgerüstet werden. Der Siemens IQ300 ist ein hochwertiger Herd, der dir beim Kochen eine Vielzahl von praktischen Funktionen bietet. Mit seinem eleganten weißen Design und seiner modernen Ausstattung wird er zum Blickfang in jeder Küche. Die Schnellaufheizungsfunktion des Herdes ermöglicht es dir Zeit zu sparen. Sie verkürzt die Aufheizdauer und sorgt dafür, dass der Backofen mit Gasherz bereits nach 5 Minuten eine Temperatur von 175 Grad Celsius erreicht. Dadurch kann man schnell mit dem Kochen beginnen und deine Mahlzeiten flinker zubereiten. Die EcoClean Beschichtung auf der Rückwand des Backofens erleichtert die Reinigung erheblich. Sie absorbiert automatisch Fette und reduziert so den Reinigungsaufwand. Du musst dir keine Sorgen mehr um hartnäckige Verschmutzung machen und kannst die Zeit in der Küche genießen. Die innovative 3D-Heißluft-Technologie sorgt für eine optimale und gleichmäßige Verteilung der Wärme im Backofen. Dadurch kann man auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig kochen und erhalten immer perfekte Ergebnisse. Egal ob backen, braten oder grillen, mit diesem Modell gelingen dir deine Lieblingsgerichte mühelos. Unser nächstes Modell kommt vom Gasline. Mit einer Breite von 90 cm, einer Tiefe von 60 cm und einer Höhe von 84 bis 87 cm bietet er ausreichend Platz für deine kulinarischen Abenteuer. Das Gaskochfeld verfügt über 5 Kochstellenbrenner mit elektrischer Taktfunkentzündung, die eine zuverlässige und schnelle Zündung ermöglichen. Die thermoelektrische Zündsicherung gewährleistet dabei deine Sicherheit. Die Gussbrennerdeckel und der Gussrost sorgen für eine robuste und langlebige Oberfläche. Der Standherd ist zudem mit einem praktischen Glasdeckel ausgestattet, der als Mulde verwendet werden kann. Die verschiedenen Kochstellenbrenner bieten dir vielfältige Möglichkeiten beim Kochen. Ein Starkbrenner mit 2,60 kW sorgt für schnelles Erhitzen, während der Dual Workbrenner mit 4,80 kW ideal für Wokgerichte ist. Zwei Normalbrenner mit je 1,55 kW und ein Garbrenner mit 0,9 kW ergänzen das Kochfeld. Der Elektro-Backofen des Modells bietet sieben verschiedene Funktionen, darunter Auftauen, Heißluft, Grill und Spießfunktion. Mit einer Leistung von 2000 Watt und einem Temperaturbereich von 40 bis 250 Grad Celsius kann man eine Vielzahl von Gerichten zubereiten. Die Flutlichtbeleuchtung sorgt dabei für eine optimale Sicht im Backofen. Der großzügige Backofen-Innenraum bietet ein nutzbares Volumen von 103 Litern und ermöglicht dir das Zubereiten großer Mahlzeiten. Die aushängbare doppelverglaste Backofentür und die herausnehmbare Vollglas-Innentür erleichtern die Reinigung. Heute nehmen wir auch den Backofen von Beko mit Gaskochfeld genau unter die Lupe. Dieses innovative Gerät ermöglicht es dir in der Küche die dritte Dimension zu erleben. Mit der multidimensionalen Kochfunktion kann man im Backofen gleichzeitig drei verschiedene Gerichte unabhängig voneinander zubereiten, ohne dass sich Aromen oder Gerüche vermischen. Damit öffnen sich dir ungeahnte Möglichkeiten und Freude beim Kochen. Der großzügige Backofen verfügt zudem über ein Volumen von 72 Litern, sodass du ausreichend Platz für deine kulinarischen Kreationen hast. Der Backofen bietet acht verschiedene Heizarten, darunter Umluft, Grill und Heißluft. Dadurch hat man vielfältige Möglichkeiten die Speisen nach individuellen Vorlieben zuzubereiten. Mit dem Display, das eine Uhr und einen Timer enthält, behältst du stets die Kontrolle über die Kochzeit und kannst deine Gerichte perfekt timen. Das Gaskochfeld ist auf 20 M Bar eingestellt und kann mit Flüssiggas betrieben werden. Die Umrüstdüsen sind im Lieferumfang enthalten, sodass du flexibel zwischen verschiedenen Gasarten wählen kannst. Weiter geht es mit dem hochwertigen Gaskochfeld von Bosch. Dieses Modell zeichnet sich durch seine hohe Qualität und sein erstklassiges Design aus, sodass du lange Freude am Kochen haben wirst. Besonders hervorzuheben ist der leistungsstarke Wokbrenner, der über ein Zweiflammensystem verfügt und dir äußerst leistungsstarkes Kochen ermöglicht. Mit einer Leistung von bis zu 4 Kilowatt kann man die Gerichte schnell und effizient zubereiten. Die Bedienung des Backofens erfolgt über ein rotes LED-Display, das dir einen direkten Zugriff auf die Zeitfunktion bietet. Ein weiteres Highlight ist die EcoClean Direct-Funktion, die dir den Putzaufwand erleichtert. Dank einer speziellen Beschichtung der Rückwand werden Fette automatisch absorbiert, sodass du kaum Zeit und Mühe für die Reinigung aufwenden musst. Mit der 3D-Heißluftfunktion des Kochfelds erhält man eine gleichmäßige Hitze auf bis zu drei Ebenen. Dadurch erzielt man perfekte Ergebnisse bei der Zubereitung der Speisen. Das letzte Modell auf unserer Liste ist der Amica SHGG 11559W. Amica setzt seit Jahren auf eine pro-ökologische Politik und legt großen Wert auf den Schutz von Natur und Umwelt. Durch ständige Produktverbesserungen und den Einsatz neuer Technologien strebt Amica eine Reduzierung von Wasser- und Energieverbrauch an, schont wertvolle Ressourcen und minimiert Abfall. Das Modell bietet eine geräumige Geschirrschublade unterhalb der Backofentür. In dieser praktischen Schublade können alle Utensilien griffbereit aufbewahrt werden, die zum Kochen und Backen benötigt werden. Die CoolDoor2-Technologie des Modells sorgt für zusätzliche Sicherheit. Die Zweifachverglasung hält die Energie im Backraum, reduziert die Temperatur an der Front des Geräts und bietet somit mehr Sicherheit beim Umgang mit dem Herd. Mit seinem Gaskochfeld, das auf Erdgas mit 20 Mbar eingestellt ist und auf Flüssiggas mit 50 Mbar umgerüstet werden kann, bietet der Herd vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Das war's für heute. Ich hoffe, dass dir unser Überblick über die verschiedenen freistehenden Gasherde geholfen hat und du nun besser informiert bist, um die richtige Wahl für dein Kochgerät zu treffen. Wir sind gespannt auf deine Meinung und Erfahrungen mit Gasherden, also teile diese gerne in den Kommentaren unten. In der Videobeschreibung findest du Links zu den vorgestellten Modellen, um weitere Informationen zu erhalten und sie direkt zu vergleichen. Vergess nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsfunktion zu aktivieren, damit du keine zukünftigen Videos verpasst. Wenn du Vorschläge für weitere Themen hast, die wir in unseren Videos behandeln sollen, hinterlasse uns gerne einen Kommentar. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf dem Kanal. Richtige Wahl!